Durchführung der Ratscholagerungsprobe Der klinische Verdacht auf eine arterielle Verschlusskrankheit im Becken- und Beinstromgebiet kann durch die Ratscholagerungsprobe erhärtet werden. Zu deren Durchführung legt sich der Patient auf den Rücken und hebt die Beine im 90-Grad-Winkel an. Der Untersucher unterstützt das Halten in dieser Position und der Patient führt für etwa 2 Minuten Bewegung in beiden Sprunggelenken durch. Anschließend wird der Patient schnell aufgesetzt, wobei die Unterschenkel von der Untersuchungsliege herabhängen sollten. Nun kann die Färbung und Venenfüllung der Füße beurteilt werden. Physiologisch ist eine reaktive Hyperämie mit sichtbarer Rötung der Vorderfüße innerhalb weniger Sekunden. Die venöse Füllung sollte danach innerhalb von ca. 20 Sekunden sichtbar werden. Das Vorliegen einer arteriellen Verschlusskrankheit würde mit einer deutlich verzögerten Gefäßfüllung einhergehen. Vielen Dank. Vielen Dank.